Wenn du als Freiberufler oder Freiberuflerin zu wenig Umsatz machst, um davon leben zu können und um davon leben zu können, sagen die meisten meiner Kundinnen, brauchen sie 3000 Euro Umsatz pro Monat, damit sie sich dann 1500 Euro quasi Unternehmergehalt auszahlen können. Also sagen wir mal, wenn du unter 3000 Euro Umsatz pro Monat machst, dann hast du vielleicht schon verschiedene Strategien probiert oder ausprobiert, um deinen Umsatz zu erhöhen. Vielleicht hast du dir überlegt, ob du deine Preise vielleicht senken solltest, um einfach mehr Kunden zu gewinnen. Vielleicht gibst du Rabatte, weil du dir auch denkst, ja, dann bekomme ich das Ja des Kunden. Vielleicht gibst du auch Rabatte für langfristige Zusammenarbeiten, die dir versprochen werden, die dann im Nachhinein meistens eh nicht so langfristig sind, wie sie angepriesen wurden vom Kunden. Und außerdem finde ich, wenn man langfristig mit jemandem oder für jemanden arbeitet, dann wird man ja immer wertvoller für den. Also eigentlich sollte man ja mehr verdienen und nicht weniger. Gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Vielleicht machst du viel schon so vorauseilend oder kostenlos, weil du willst ja den Kunden von dir überzeugen. Vielleicht schreibst du stundenlang Angebote, weil du dir denkst, ja, wenn ich das so richtig gut ausarbeite, dann gewinne ich den Auftrag. Und dann nimmt der Kunde aber plötzlich jemanden, der billiger ist als du. Vielleicht bittest du kostenlose Probearbeiten an, um eben den Kunden zu überzeugen oder vielleicht Freundschaftspreise, wo ich mir auch denke, gerade Freunde und Freundinnen sollten dein Business ja unterstützen wollen. Und gerade am Anfang kann man sich es ja gar nicht leisten, für Freundschaftspreise zu arbeiten oder mit seinem Preis ständig runterzugehen. Und vielleicht bittest du immer mehr Angebote für immer mehr Zielgruppen und Leute an, weil du dir denkst, mehr ist mehr. Und je mehr ich anbitte, desto mehr Kundinnen und Kunden kann ich gewinnen. Das heißt natürlich auch, dass du dir immer mehr Wissen aneignen musst. Also du bist ständig damit beschäftigt, irgendwas Neues zu lernen, dich einzuarbeiten, von Null zu beginnen in gewissen Themenbereichen. Und du versuchst eben mehr Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Also die Anzahl deiner Kunden zu erhöhen. Vielleicht konsumierst du auch sehr viel Content. Also wie gewinne ich Kunden, wie mache ich Umsatz, wie mache ich mein Marketing und so weiter. Also du verzettelst dich so ein bisschen mit, okay, ich muss bloggen und ich muss ein Newsletter machen und Webinare und Live-Videos und eine Challenge und oh Gott. Und also du hechtest oder hetzt immer so dem nächsten Ding hinterher, der neuesten Marketing-Taktik. Aber so wirklich einen roten Faden oder ein Big Picture hast du nicht. Und das ist halt eine frustrierende Situation, wenn man so viel probiert und nichts funktioniert so wirklich und nichts passt so ganz zueinander und zusammen. Warum funktioniert das nicht? Je günstiger deine Preise sind und je mehr du dich für deine Kundinnen und Kunden verbiegst und je mehr Kunden du zu niedrigeren Preisen anziehst, desto weniger wertschätzen und respektieren deine Kundinnen dich. Ich habe schon in einem anderen Video gesagt, dass die Wertschätzung von deinen Kundinnen und Kunden mit deinen Preisen zusammenhängt und mit deinem Expertenstatus und deiner Expertenrolle. Wenn du aber aus einer Haltung der Stärke und des Selbstbewusstseins in die Kundenbeziehung reingehst und aus dieser Haltung heraus agierst, dann wirst du auch von außen so wahrgenommen. Also wenn du auch mal Nein sagst oder einen Mindestpreis hast, wo du sagst, nein, darunter gehe ich nicht, das lohnt sich nicht für mich. Und wenn du auch Kriterien hast, nach denen du mit deinen Kundinnen und Kunden arbeiten möchtest, also solche Standards, was sind Standards in meinem Unternehmen, die für alle Kunden gelten? Und natürlich ist es so, je mehr du anbietest, desto mehr Leute, desto weniger wirst du als Experte oder Expertin für ein Thema oder eine Lösung wahrgenommen. Also die Leute wissen dann nicht wirklich, warum sollen sie jetzt zu dir gehen, was ist so dein Ding, was ist dein Fachgebiet, wo du den Leuten helfen kannst. Genau, also so dieses Profil und Haltung zeigen nach außen hin. Was ein bisschen unlogisch klingt, wenn man mehr Umsatz machen möchte, ist, dass du nicht mehr anbieten solltest, sondern weniger. Ja, also ich habe auch am Anfang ganz viel angeboten, also von Flyer-Texten über Website, Blog, Freebies, also so PDFs zum Runterladen. Übersetzungen habe ich angeboten, obwohl ich da überhaupt keine Erfahrung damit gehabt habe. Ich dachte, ja, schreibst du das halt mal rein in die Preisliste. Also ich habe mir gedacht, je mehr ich anbiete, desto mehr Kunden kann ich gewinnen. Und ich habe auch mich an die falschen Kundinnen und Kunden gerichtet. Und in den letzten sieben Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich wirklich immer weniger und immer weniger und immer weniger angeboten. Und nicht immer mehr. Und auch für eine immer konkretere Person, für meine Traumkundinnen und Traumkunden. Das heißt, du solltest nicht mehr anbieten, sondern weniger. Dich wirklich auf etwas besinnen, was du gut kannst, was dir Spaß macht, was dir Geld bringt und wo du mit den richtigen Leuten am richtigen Thema arbeiten kannst. Das heißt, auch mal Nein sagen, sich eben vorläufig mal auf etwas festlegen nach außen hin, sich spezialisieren. Nicht mehr Kundinnen und Kunden gewinnen, sondern weniger. Aber für die halt wirklich eine echte Transformation anbieten und auch das entsprechende Geld dafür verlangen. Also wenn du sagst, du brauchst oder du möchtest 3000 Euro Umsatz pro Monat machen, dann sind das vielleicht nur drei Kunden pro Monat, die halt jeweils 1000 Euro bezahlen. Aber nicht 100 Kunden, die jeweils 30 Euro bezahlen, weil dann hast du ja auch 100 Mal mehr Aufwand, Akquiseaufwand, Verwaltungsaufwand, Rechnungen schreiben und so weiter. Also Klasse vor Masse. Und wenn du jetzt denkst, ich habe Angst, mich festzulegen oder zu spezialisieren, das ist mir zu langweilig, ich brauche Abwechslung und so. Ich stelle mir das immer so vor, wenn du zum Beispiel die Wiener Oper vor dir siehst. Da gibt es einen roten Teppich und über den werden die meisten Leute hineingeschleust. Und über den möchtest du die besten Kundinnen und Kunden anziehen sozusagen. Also das ist das, was nach außen hin die Leute reinbringt. Das ist dein Kernangebot oder halt eine Spezialisierung. Das heißt aber nicht, dass niemand durch den Hintereingang reinkommen darf in die Oper oder durch den Seiteneingang oder nicht über den roten Teppich, sondern halt von der Seite. Also wie die Leute dann zu dir finden, das darfst du ja denen überlassen. Aber nach außen hin solltest du einen roten Teppich ausrollen, über den du deine Leute hineinbringen willst. Und das ist eben deine Spezialisierung oder dein Expertenstatus oder halt das, was du nach außen hin kommunizierst, womit du die Aufmerksamkeit der Leute erregst. Und wie du das testen kannst, ob du das schon tust oder nicht, ist der sogenannte Elevator Pitch. Das kennst du ja vielleicht schon. Das ist so ein kleines Sätzchen, wo du sagst, was bittest du an, für wen und warum. Und wenn das total beliebig klingt oder irgendwie uninteressant oder so, dann bist du vielleicht noch nicht so ganz dort. Oder vielleicht weißt du schon ganz genau, was du eigentlich am liebsten für wen und warum anbieten würdest. Aber du traust dich noch nicht so ganz, weil du denkst, dass du dann zu wenig Kundinnen und Kunden bekommst. Wo ich dann halt immer sage, vielleicht brauchst du nur wenige Kundinnen und Kunden, aber halt welche, die gut bezahlen und die das wirklich wertschätzen, was du zu bieten hast. Und mit denen du halt enger zusammenarbeitest und mit denen du wirklich ein schönes Ergebnis für sie erzielst. Genau. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du dazu denkst. Würde mich jetzt interessieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke.